Und ich sag's ganz ehrlich, ich hab getroffen und gleich feministische Hetze, Hass und gesellschaftliche Spaltung hinführt. Der Rechts-Terrorist, der unsere Kinder ermordet hat. Ich danke euch. Macht leid vor euch selber, dass ihr euch hier seid! Ich danke euch. John. John, Herr Elman. Diamant. Diamant, Herr Elman. Ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich wollte das auch gerne sagen. Wir waren hier für heute. Wollen wir das gute Leben für ein paar wenige oder das gute Leben für alle? Vielleicht einmal kurz zum Wortlauch. Wir haben jetzt hier auf der Anfangskunde das Musik-Act und zum Beispiel der Scheiß-AfD-Kurs Augsburg kommt für euch. Und jetzt möchten wir natürlich auch der Presse die Möglichkeit geben, ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und jetzt stehen wir auf der selben Seite. Denn ja, dann lassen wir uns nicht nur den Faschus und der AfD die Störung bieten, sondern allen, die nicht wollen. Und warum nehmen wir es immer noch hin, dass nahezu alle Parteien von morgens bis abends war. Und jetzt möchten wir natürlich auch der Presse die Möglichkeit geben, ich...